Für die nächste Übung, das sind Nackenübungen, bringen wir zunächst mal das Kinn zum Brustkopf. Lassen das Kinn sinken und mit der Einatmung heben wir den Kopf wieder, ausatmen, sinken und einatmen, den Kopf wieder heben. Versucht den Kopf so weit nur zu heben, dass der Nacken noch lang bleibt. Und beim Ausatmen wieder sinken lassen, dann haben wir hier eine schöne Streckung, aber nicht die Aufrichtung verlieren. Einatmen, wieder nach oben kommen und ausatmen, wieder nach unten. Sehr gut, noch einmal, einatmen, den Kopf leicht in den Nacken legen. Wenn man jetzt den Finger nimmt, bleibt kurz da, nimm den Finger und da gibt es so eine Mulde hinten am Kopf, zwischen Kopf und Hals. Und hier sollte sich die Bewegung abspielen und mit der Ausatmung wieder den Kopf sinken lassen. Sehr gut. Und die Übung auflösen. Die Übung auflösen. Die Übung auflösen. Untertitelung des ZDF, 2020